Ja, mach. SWL-Chef, SWL-Co-Chef, Eigentümer, Miteigentümer, Dispo, High-Team-Developer, blablabla. Ja. Gibt es viele Rollen wieder? Ja, richtig. Aber, Sascha, deine Rolle ist mit rübergekommen. Ja, welche Rolle? Deine LKW-Müde-Rolle. Oh, LKW-Müde, oh ja. Ja, also wer am Ende des Monats die meisten LKW-Müde-Sachen hat, der kriegt die LKW-Müde-Rolle. Nee, die ist schon fest für Sascha. Oder für mich, oder für dich. Nee, da steht auch Sascha in Klammern. Die hatte ich nämlich ganz speziell angefertigt. Hm. So, als erstens muss ich jetzt erst mal gucken, wie du wieder deine Eigentumsrechte bekommst. Ja, ich weiß, du Arsch. Dass es meine spezielle Rolle war. Alles gut, Sascha. Er weiß, wie ich das meinte mit du Arsch. Wie es war nur. Du hast es inzwischen wieder. Warte, 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 warte. Äh, Grüße, wie geht's dir? Ich wäre dafür, dass ihr mit dem Gefangenenscheiß aufhört. Ja. Äh. Alles klar. Wir haben aufgehört. Und du bist nicht mehr da. Das Ding ist, ich höre erst dann auf, wenn's mir passt. Jetzt passt mir. Jetzt höre ich auf. Ja. Sorry. Nee, äh, also jetzt bin ich juggig. Jetzt, äh, musst du GTA RP auf Majestic ziehen. Nur um Birkenfried mal richtig Volet zu nehmen. Oh, ich habe, ich habe schon alles deinstalliert. Nein, äh, äh, du musst, äh, du musst das machen. Das ist ne Pflicht von dir. Du musst den. Ja, wenn ich auf Majestic komme, ficke ich jeden Einzelnen, wie ich's grad will. Birkenfried? Birkenfried? Ach, da kriegst du von mir einen Freibrief. Da, da, da steh ich, da steh ich sogar daneben und, äh, Klatschapplaus. Und noch mal, und noch mal. Ah. War er da gerade wieder bei dir im Chat, oder was? Ja, den haben wir schon rausgebrannt. Ja, den haben wir schon rausgesperrt hab. Und jetzt hat er den lebenslangen Bann hier. So, genau so, wie, dass ich ihn jetzt melden werde. Mhm.